Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Ender Games. Mal wieder mit dem Kid Baba. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Konzert. Ich glaube, ich habe jetzt 11.000 oder so. Ich kann noch kurz ein, jetzt komme ich nicht mehr. Jetzt geht es in 10 Sekunden los. Oh, jetzt bin ich voll durcheinander gekommen, weil ich das Portdumpe... Oh, komm, Alter. Ich bin alle verarschen. Zack, haben wir jetzt erstmal Holz und dann verziehen wir uns. Das war natürlich ein richtig schöner Start, muss man ja sagen. Aber ich finde es halt voll scheiße, dass jetzt der Barbar keinen Dings mehr hat. Kein verzaubertes Schwert. Jetzt haben wir noch 4 angeschaut und nicht mal 5. Richtig dumm. Ich habe schon eh keine Chance. Was soll das jetzt? Was soll das für ein Sand? Ah, Buck. Oh, Kiste. Oh, Kiste. Sagt das, da war noch was drin? Ja, irgendwie logisch, dass die jetzt genau weggehen muss. Noch eine Kiste? Eine Ofenkartoffel. Immerhin. Immerhin eine Ofenkartoffel. Die rettet uns hier das Leben jetzt. Und hier... Jawohl. Nice. 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 Ich weiß, wer immer nicht überrascht ist. Das wäre nämlich richtig scheiße. Nee. Nee. Nein. So. Okay. Dann eigentlich stetsch da hinten. Können wir noch abbauen. Und da sind wir schon mal einigermaßen okay ausgerichtet. Also, wie gesagt, keine riesige Runde von mir erwarte. Ich mach... Oh. Dia-Schwert. Das wäre jetzt natürlich nicht fair für den. Aber, was soll man machen? Das ist Teil des Spiels. Aber ich hoffe jetzt, dass ich nicht wieder auf den Techniker... Techniker sind... Schlimm. Ich hasse die. Jedes Mal. Entweder spiele ich im Finale, gegen Scheiß-Kangau. Oder gegen Techniker. Immer eins von beidem. Ich brauche einen Spieler. Okay, 64 Blöcke. Der kommt auf mir... Ja, komm. Bitte. Bitte komm nicht weg, Lavena. Ich tue dir nichts. Bogen. Mach ich mal hier hin. Pfeile. Okay, dann geh ich mal weg. Beziehungsweise... Pfff. Geh ich drauf oder geh ich weg? Ich bin jetzt eher schmuck. Ich esse jetzt mal was. So. 250, 50. Ich würde wahrscheinlich jetzt gleich kommen. Naja, kommt nicht. Er crafted. Naja, geht weg. Okay, er crafted. Bei mir Lax. No. Bei mir nicht. Also vielleicht durch die Aufnahme gleich ein bisschen. Aber sonst geht das eigentlich. Willst du zu mir kommen? Ah, dann. Wie sieht's aus? Kommen Sie zu mir oder ich zu Ihnen. Ah, da vorne ist einer. Soll ich auf den? Ich weiß nicht. Okay, da geh ich jetzt drauf. Irgendwie muss ich ja die Zeit verschlagen. Und da geh ich jetzt einfach mal drauf. Oh, vier Dias. Nice. Dann könnte ich mir... ... 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 200 Blöcke. Wollt ihr mich alle verarschen? So. Dann crafte ich erst mal. Eine Hose. Und einen Helm. Wenn ihr mit der Kumpel saugehört, das ist meine Mutter. Die saugt gerade. Kann man nicht... ... kann man nicht vermeiden, wenn man die direkt... Alter. 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 Ganz schnell weg hier. Wenn ich sechs Eise mitnehme. Ich glaube, dann verziehen wir uns. Boah, was war das jetzt gerade? Einfach in den Kampf reingebautet wurde. Ich hoffe, vor mir ist noch ein Spieler. Dann gehe ich dann auf den, aber... ... ... Das riskiere ich jetzt lieber nicht. Oh, ne Blöcke weg. Okay, gut. Ja, Mann. Jetzt... ... ... Ich habe mir noch die Kirschte. Und Level habe ich immer noch nicht. Jetzt zur Zauberungsfläche habe ich glaube auch nicht. Oh, ich will mal das Schafen gucken, vielleicht kriege ich ein bisschen XP. Ja, ein bisschen, aber nicht genug. Das ist natürlich nicht so optimal. Natürlich kriege ich von dem Schafen. Also mehr XP. Jawohl, nice. Jetzt zauber ich mal. Schärfe. Da war ich doch gerade eben schon, oder? Oder nicht? So, jetzt habe ich auch Verzauberungsfläschchen. So. Und weiter geht's. So, was sind denn die alle? Die gehen uns gerade kontinuierlich aus dem Weg, habe ich so das Gefühl. Die haben wahrscheinlich auch schon richtig gutes Equipment. Ich brauche Dias, Mann, und kein Eisen. Das Eis einfach nur mit, dass ich... Ja, zwei Äpfel. Ich habe mir gleich einen Goldapfel. Weil die mich alle verarsche. 40.000 Äpfel. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Puh. Kraft, hier was? Kraft, hier was? Tod. Hatte der irgendwas? Der hatte Dias. Okay, gut. Die nehme ich mit, die Dias. Oh, ein Dias. Und Dias Helm. Geil. Puh, scheiße. Weg hier. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Tod. Ja, Mann. Ja, Mann. Mann. Erstes Mal Ender Games gewonnen. Erstes Mal. Jawohl. Nice. Boah, zwei Herzen am Ende noch. Gut. Wie ich sage, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.